Das vorletzte Video, das war ja das Gewinnspiel-Video und da muss ich schon sagen, manche Leute sind wirklich die Größten, ja, die schauen sich das Video nicht mal an, aber kommentieren einfach, einfach, ja, ich will gewinnen, hier mein Ingame-Name, tschüss. Servus, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Skywars-Kid-Serie, oder eher gesagt Folge, mit dem Nick, hallöchen, Nick, na, du? Hi. Hi, ja gut, du hast ja schon mal eine ziemlich gute Rüstung, und zwar heute mit dem Assassine-Kid, und da haben wir erstmal Haltbarkeit 10 und Federvall 3 Diamantschuhe und ein Diamantschwert mit Schärfe 1 und Haltbarkeit 10, auf jeden Fall ein ganz cooles Kid, wenn man, ja, eher so der PvP-ler ist und schnell in die Kämpfe möchte. Wir haben einen Goldapfel, das freut mich, ne Enderperl haben wir auch, brauchst du ein Schwert oder so hier, eventuell? Dankeschön, denke ich. Äh, bauen wir uns doch direkt mal rüber, hätte ich nix gegen so, prinzipiell, und versuchen die ersten Spieler zu töten. Wie gesagt, das Prinzip läuft so ab, wir müssen versuchen, eine Runde zu gewinnen mit dem Kid. Ähm, ob wir das nun schaffen, ist die andere Frage, denn da hat schon einer wieder dir Ding ins Sachen und so. Ähm. Okay, Leute. Achtung, achso. Ja, ich ess mal einen Goldapfel, obwohl, meinst du, ich sollte die Enderpelle benutzen, ja, oder? Ich weiß nicht so ganz. Hochbauen, oder? Ja, hochbauen, hochbauen, hochbauen. Okay, ich brauch, äh, ganz kurz nochmal hier Blöcke, so. Okay, pass auf, ich ess jetzt einen Goldapfel und dann gehen wir runter. Zack. Zack, ich sollte vielleicht noch keine Herze verlieren. Und jetzt runter, 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 runter. Den ein... So, Lille, das war, ging ja echt ziemlich schnell. Aber, ich weiß gar nichts, die hatten doch bestimmt irgendwas. Oder? Weil, keine Ahnung, so legit war das doch gar nicht. Weil, irgendwie, wir hatten noch eigentlich voll gute Rüstung und so, wir waren irgendwie recht schnell down. Hi. Wieder ein Goldapfel. Geil. Ja, das ist die Helikoptermap. Und zwar, die kannst du dich nämlich, Nick, da kannst du dich nämlich nach oben bauen, ja. Und dann ist da oben noch eine Kiste und eine Workbench, soweit ich weiß. Ich glaub, das war so. Obwohl, äh, warte. Kann ich mich hier hochbauen? Ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich komm hier nicht so rein. Jetzt kommt mein gutes Kit zum Einsatz. Was hast du denn für ein Kit? Wahrscheinlich Bergarbeit. Das ist ein Standardkit, hast du. Ich hab kein anderes Kit. Mach mal hier auf für mich. Oh mein Gott. Herr, da setz dich doch auf. Ja, ja, toll. Ja, warte, warte. Ja, ich auch. Ja, wer ist hier? Das Ding, das da. Das da sollst du wegmachen. Ähm, so, okay. Dahinter ist nämlich auch noch eine Kiste. Das ist immer recht interessant. Und ich kann sie nicht öffnen, weil ich einfach zu behindert bin. Okay, gut. Ähm, ja, so. Gut, ja. Mh, 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 mh. Und übrigens, ne, das letzte, war das das letzte Video? Ne, das war das vorletzte Video. Das vorletzte Video. Das war ja das Gewinnspiel-Video. Und da muss ich schon sagen, Manche Leute sind wirklich die Größten, ja. Die schauen sich das Video nicht mal an, aber kommentieren einfach. Einfach, ja, ich will gewinnen. Hier mein Ingame-Name. Tschüss. Ja, also, ihr seid wirklich die Hellsten. Äh, warum mach ich wohl so ein Extra-Video? Äh, dafür. Also, manche Leute sind da echt, die Gehen einfach wahrscheinlich bei YouTube ein. Komm mal, die Gewinnspiel. La, la, la. Gehen einfach in die Kommentare kurz einmal. Und, äh, ja, direkt, äh, reinschreiben. Ja, ne, Leute. So läuft das nun nicht, ne? Äh, ja. Soweit hier, äh, sortier ich dann direkt aus. Also, die sind dann sowieso sofort weg. Die, äh, wenn die gewählt werden von diesem Zufalls-Dingens da, dann nehm ich die einfach nicht und mach das Ganze normal, weil kein Bock, dass so einer dann, ja, gewinnt letztendlich, äh, weil das einfach nur äh, die letzte Kacke ist. Ja, was denn? Was macht der? Guck mal. Wer? Mit Teppich. Hä? Hä? Du siehst nicht? Wo man redest? Nee. Äh, dein Ernst? Guck mal da. Ja. Ah, lol. Oh, nick, 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 nick. Komm da. Ich bin low. Da kommt noch einer. Ich hab Goldapfel gegessen. Weil lass mal, guck mal hier, so Feuer, äh, äh, Wasser. Nathin, komm mal her hier, du. Das wusste ich, das wusste ich, das wusste ich. Ich bin extra zurückgegangen. Weil der hat sowas vor, das hat man nämlich gesehen. Entweder wollte er die Angel benutzen oder halt diese Kackspitzhacke. Ich kann ja jetzt da meine, äh, mega krassen Fahrstücke... Aber, damit er uns hier nicht runter, äh, haut, gehen wir einfach mal selber runter. Hier ist sogar noch ein bisschen Stuff. Einigermaßen. Ganz so gut, so. Ja, doch, das... Was? Versteck mich. Hast du ne Hose für mich? Er wird mich nicht... Nein, ich hab ein Schwert. Hast du ein Eisen für mich? Ich hab zwei Dias. Ja, die bringen mir nix. Die brauchen eigentlich nur ne Hose. Nee, da hast du vier. Sorry, ich hab keinen Eisen. Der ist da oben. Pass auf, der setzt den Tee. Pass auf. Ja, komm, geh mal weg. Ja, warte, einfach hier chillen. Einfach hier chillen. Einfach hier chillen. Einfach hier chillen. Komm rüber. Rüber, rüber, rüber. Bau mal ran, bau mal ran. Ich sag dir Bescheid. Ich, 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 ich baue... Ich sag dir Bescheid. Lauf, 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 lauf. Der hat nämlich ne Angel, ne? Ja, ich hab sie gehört. Ich hab sie gehört, die Angel. Oder hast du eine ausgeworfen? Nee, oder? Nee, ich hab keine. Ja, Nathan, hä? Was ist, du Nebelnig-Typ? Oh, dankeschön. Ich bin, äh... Ja, cool jetzt. Babe. Ja, die Frage ist halt, was können wir jetzt machen? Was sollen wir machen? Ich würde vorschlagen, wir bauen uns hier mal hoch und gehen auch nochmal rüber. Okay, runter droppen und, äh... Ja, aber hier ist auch schon die Hälfte irgendwie weggesprengt. Das ist auch nicht so gut. Ich glaub, da hat jemand Spaß. Ja, genau. Lass mal so einen Star hochbauen, oder? Wenn er kommt, kommt er, oder er nicht so? Ich hab keine Blöcke, doch. Hm, er nicht so. Er nicht so, okay. Wir haben ja schon zwei Kills. Das ist schon mal, äh, wenigstens, äh, was, 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 ein bisschen was Gutes, ja? Guck mal. Ja. Ist... Ist akzeptabel. Äh, hast du... Gib mal... Bau mal da auf. No, mein... Meine Nase. Nein. Was denn? Ja, du musst da aufbauen. Irgendwie. Ja, hier. Aufmachen. Okay, so, warte. Uah. Haben die die gesehen? Ja, die haben sie gesehen. Okay. Runter droppen, runter droppen, runter droppen. Ja, die Kisten hier sind alle leer, aber, äh, sind auch keine Diamanten und so mehr. Ich hab wenigstens noch einen, äh, ganz guten Hanisch hier rausgeangelt. Das ist wenigstens mal, äh, ein bisschen positiv. Bis, ähm, ja, ich weiß nicht. Was sollen wir als nächstes machen, du? Ich weiß nicht so genau, weil, irgendwie, die Gegner, die wollen nicht so richtig. Ich wär grad fast runtergelaufen. Hm. Ja, wir müssen den einen Typen holen. Der muss ja sowieso sterben, wenn wir dabei draufgehen, dann... Gut, okay, müssen wir dann akzeptieren, aber wir müssen ihn letztendlich doch holen. Ähm, ja, gut. Das ist jetzt die Frage, ne? Wie kriegen wir den? Erstmal da hinkommen. Erstmal hier hochbauen und überhaupt da hinkommen. Wo ist denn der überhaupt jetzt? Ja, da scheitert's schon für mich. Wie jetzt? Ich hab kein Glück. Achso, okay, ich dachte grad, du bist runtergefallen. Das wär ein bisschen schlimmer gewesen. Ach, der ist aber auch weitergegangen. Ich seh da einen mit Fuldia. Ja, der hat Fuldia. Ja, der ist weitergegangen, du. Der ist weitergegangen. Ähm. Ich hab TNT noch zum rüberbauen, aber sonst halt auch selber. Gar nix. Ja, ich frag hier grad so ein bisschen. Ich werf grad meine ganzen, ähm, Köpfdinger da weg, äh, Helme. Köpfdinger. Auch geil, Köpfdinger. Ja, meine Köpfdinger. Okay. Äh, so. Da brauch ich alles nicht mehr. Da seh ich den, glaub ich, sogar. Wenn das der Keksgamer war, dann seh ich ihn. Ja, der brennt ganz schön. Baue ich mich mal mit TNT hoch. Kommst du? Äh. Ja, ich hab mittlerweile ein paar Blöcke. Ja, der baut sich hoch. Da scheitert schon für uns. Also, wie gesagt, für mich. Ja, ich hab mich halt extrem... Ja, okay, das wird jetzt ein Bitch. Tot. Bin tot. Bin einfach tot. Ich auch. Ja, gut, Freunde. Wenn euch die, äh, kleine, äh, die kleinen zwei Mini-Ründchen gefallen haben, dann gebt doch mal ne positive Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Kid-Serie und sonst halt bei nem anderen Video. Also, morgen kommt, denke ich mal, was ganz anderes, weil wieder Wochenende ist. Deswegen wünsche ich euch erstmal, ähm, ein schönes Wochenende und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, lasst leid, wenn's euch gefallen hat und tschüss. 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 Tschüss.